hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge mit die will deines die erleben ja wir sind jetzt im winter der herold ist leider weg also ich weiß nicht wie das zusammenhängt aber ich nehme mal an dass wenn man von dem herold die quest annimmt dass der auch so lange da bleibt bis man die erfüllt hat oder eben die sachen hingekriegt hat die er will oder sich eben hier für uns abholt und ansonsten ist er wohl nach einer jahreszeit verschwunden aber das soll uns jetzt nicht stören heute soll es darum gehen dass wir mal nach baranica rüber laufen uns schafe holen und vielleicht finden auch noch jemand der die schafe dann betreut also gehen wir mal los und ich denke wir machen das hier gleich wieder ja ich glaube im winter laufen jetzt nicht durchs wasser wir gehen hier über die brücke hier vorn und gehen wir nach baranica rüber es ist ja nicht so weit können wir auch zusammen hinlaufen immer bisschen die augen offen halten aber ich sehe hier nichts dürfte also alles in ordnung sein genau ein paar quests sind auch noch vorhanden aber müssen wir mal gucken ob wir die klein noch mitmachen oder ob ich das alleine machen aber ich will auch nicht immer alles alleine machen ihr wollt ja bestimmt auch noch ein bisschen was sehen so dann gucken wir mal ob hier jemand brauchbares dabei ist ja die frieda wäre in der landwirtschaft gut er ist sie ist hier gewinnung gut könnte man sie ja eigentlich das beschäftigt dich erst wirst du geboren dann wirst du erwachsen und lernst zu arbeiten du erntest die felder und werkst das wild die ernte reift heran die tiere vermehren sich und wenn die zeit gekommen ist nimmt ein erbe deinen platz an das ist der preislauf des lebens hier wie war dein tag bisher je eher diese jahrzeit vorbei ist umso besser meine hände sind eiskalt und ich kann mich nicht auf meine arbeit konzentrieren hoffentlich wird das besser sobald der frühling kommt worin bist du besonders begabt ich mag einfache harter arbeit weil sie mein blut schneller fließen lässt und meine muskeln stehlt ich kann sogar mit bloßen händen arbeiten wenn es nötig wird mit was hast du schwierigkeiten ich bin zu ungeduldig für feldarbeiten und muss sich nach den jahrzeiten richten und ständig umstellen ich beschäftige mich lieber das ganze jahr hindurch mit etwas ok dann nehme ich dich mal für die mine mit und zwar bekommst du dieses Haus und das ist gewinnung jetzt habe ich gerade überlegt gewinnung bitteschön und in die mine gehst du so und du sollst Kupfererze Zähne und auf jeden Fall auch Eisen das brauchen wir will ich ein bisschen mehr haben so und da hat sie was zu tun so und hier war jemand für die Landwirtschaft ne wer war das sie hier für die Tierzucht reicht sie zu so ok so ok und jetzt ist jetzt nicht schlimm und dann gehst du in den Scharfstall in den Pferch so und hier stellen wir auf jeden Fall mal die Wolle ein wir machen das mal hier auf 90 und wenn wir dann uns Ziegen leisten können dann so hier oben gab es Schafe jetzt gehen wir mal gucken irgendwo irgendwo ja und die Schafe ah hier sind sie doch schon was kostet ihr komm her her so und jetzt haben wir ein Schafbrach ja jetzt brauchen wir noch ein Weibchen oder mehr du gehst auch mit so ok jetzt haben wir nur noch 7.000 Münzen aber wir haben das geschafft was wir wollten ja gut die Wolle brauchen wir nämlich wenn wir uns dann die schönen Lampen bauen wollen und jetzt guck ich mal und jetzt guck ich mal wollen wir jetzt mal mit Quests aber wir könnten jetzt in Gostovia erstmal die Quests abarbeiten vielleicht machen wir das klein noch zusammen Gostovia ist nicht so weit weg so und die anderen arbeiten jetzt schon fleißig die Mine ist aber in die andere Richtung naja muss ich nicht hinterfragen wo wir hier wo wir hier lang geht so diesischer Wintertorb ist das hier man sieht ja fast nichts das Wetter kann man sich nicht aussuchen ist im Spiel so wie in der Realität so haben wir hier schon reingepackt dann brauchen wir das jetzt nicht so wenn wir für die liebe Batilda die in der Mine arbeitet noch einen Partner finden wäre das schön ob ihr jedenfalls noch einen anderen Dorf gewohnt oder so eine ganze Leine dort gewohnt aber alles schön der Reihe nach der Winter hat ja gerade mal angefangen und in jedem Dorf sind wir noch nicht gewesen vielleicht findet man ihn dann noch immer vielleicht findet man ihn dann noch immer wir haben hier zwei Päs sehen was die Damen und Herren hier von uns wollen wir sitzen hier so rum Damen jetzt schlafen wir Produktion die Berater Schnurl ist frei in der Produktion die naja gut das müssen wir jetzt nicht machen ich will jetzt erstmal gucken wo die Köste sind träffники und was müssen wir tun was können wir noch machen was kann ich mich tun genau Bei den Stein Cannen da Bunun keine die Steine sind steine summon kita hier liegen. Stock und Stein. Schauen Stein. So, Dalgo. Dalgo ist jetzt wieder abgeblieben. Dalgo. Das ist ja schon. Ich muss ja irgendwo rummachen. Da oben. Da ist er. Nein, noch nicht immer weg. So, gut schön. Gut. So, wir haben drei Flachs. Und zwei Wolle. Oh, Flachs. Dann machen wir hier in den. Äh. Papi? Da steckst du ihn doch. Das zeig ich dir. Das zeig ich dir. So, für mich das ist egal, weil er hat er nicht. Das weiß ich. So, und jetzt haben wir doch hier noch mit West. Ja. Das zeig ich jetzt. Da muss ich mal so kurz. Es wird schon wieder Abend. Meine Güte, habe ich rumgedrebelt. So, was wirst du? Hallo da. Ja, natürlich. Immer her mit der Jagdwest. So, was muss ich denn machen? Ich nehme mal an die da. Vier Wölfe, okay? Na ja. Das müsste man doch hinbekommen. Vier Wölfe. So, wir gehen mal wieder runter. Normalerweise muss ich das nie nachts machen, aber jetzt geht's ja noch halbwegs. Oh, hier ist ein Schläger. Was hast du denn für mich? Dann kommen wir dann ins Wölfe. Dann kommen wir mal, ob wir die Wölfe finden. Dann gucken wir mal, ob wir die Wölfe finden. Huch, mein Gott, erschreckt mich denn so. Oh oh. Seht ihr, was ich sehe? Ich speichere mal. Ich glaube, wir müssen uns wieder wehren. Jawohl. Ah! Oh, du musst erschießen, du dummer Hund. Sorry. Oh, ich sage mal. Kann ich denn überhaupt nicht mehr schießen? Und der wird mich hier gleich platt machen. Moment, das kriegen anders hin. Dann muss ich das wieder so machen hier. Nützt ja nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine Güte. Das waren keine Wölfe. Das waren wieder mal Gesetzlose. So. Okay. Oh Gott. Gangster, ihr. Ich stelle mich aber auch immer an. Mit Schießen, das ist unfassbar. Ja, wir haben hier mal ein Eisen für alle. Mit der Kohle. So. Okay. Das war auch mal Kohle. Das war auch mal Kohle. Herrlich. So. Ja. Oh ja. Ich bin hier brutal unterwegs. Oh mein Gott. Eigentlich bin ich überhaupt nicht so ein Mensch. Ich hatte keine Wahl. So. Jetzt will ich gucken nach Wölfen. Wollt der umspringen? Bin ich denn jetzt zum falschen Weg? Ah, ich hab doch die Sicht. Ich hab's da. Und andere kommen. Ich hab's hier. So. Und zum Not finden wir die ja mich. Das kommt ja auch am Tag ja, wenn ja nachts nicht, in der Trennung Variante. Natürlich, ich wollte es suchen. Da muss ich durch den Hornig... Ah, ich bin falsch. Wo bin ich denn überhaupt? Ah, da oben ist dann schon mal einer. Na ja. Ich weiß nicht, wenn es geht. Noch irgendwo jemand? Ach, ich sollte mich erst mal wieder heilen. So wie ich das sehe, bin ich ja schon wieder halbtot hier. Ja, dann jagen wir jetzt noch wieder mal zusammen. Im Dunkeln. Alles gut, Dunkeln. So, ich wollte Richtung Fernseher. Ist doch eigentlich ein bisschen... Oh, lange, ne? Ja. Klar. Das ist schön mit dem Hirsch. Auch mit dem Hirsch. Da ist ein bisschen Weg. Vielleicht sollte man mal den Weg nehmen. So, das müsste doch jetzt nach Hornica gehen, denke ich. Ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich suche die Wölfe und schalte euch dazu, wenn ich sie gefunden habe. Okay? Bis gleich. So, da bin ich zurück. Ich habe hier Wölfe gefunden. Es sind eine ganze Menge unterwegs hier. Mal wieder neben schießen. Oh, du lässt dich wieder anfressen. Ja, hätte ich auch so gemacht. So. Die holen wir uns dann. Wir machen die jetzt hier alle platt. Das ist... Ja. So, hier ist noch einer. So, noch irgendwo. Wir machen uns. Guti, da hätten wir die Jolfsjagd geschafft. Ich bin dreckig. Na gut, aber da soll niemanden stören. Wenn man jagen geht und die halbe Nacht so unterwegs ist, dann wird man natürlich auch nicht sauber. Okay, so und jetzt hatten wir ja noch einen da oben. Gut, da hätten wir das. Okay, wir haben's. Da würde ich sagen, wir übernachten jetzt hier. Denn wenn ich jetzt einmal in der Gegend hier bin, würde ich die Quest in Hornica gleich noch mitnehmen. Wir suchen uns erstmal hier ein schönes Plätzchen aus, wo wir hier übernachten können. Ich denke hier an der Seite. So. Dann schlafen wir eine Runde. Und wir wollen natürlich immer unser Zeug wieder auf. Und jetzt geht's nach Hornica. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Was kommt da von uns möchte. Ich habe ja die Befürchtung, dass das auch wieder eine Jagdwest sein könnte. Guck mal. Aber lassen wir uns mal überraschen. So. Wunderschön. Hallo da. Kann ich dir helfen? Oh, dann tue ich. Alle Eisen. Vier Eisen. Guck mal. 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 Das 파�ita geht jetzt mal mal. Dann treffen wir bitte rein. Ja. Elles mit links fällt. Ne, gehen hier gerne zur G toutes auf ein... midi. So. Da sitzt ja nun allesOSAK own. Der ist halt gut. Ich muss hier noch mal herkommen, aber jetzt gehen wir erst mal zurück. So, da haben wir jetzt die Quest hier erledigt. Da haben wir ja nur noch die in Grossovia abzugeben und zwei immer noch in Räume zu machen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch mitmachen, aber ich denke, das können wir auch beim nächsten Mal machen. So, das was ich wollte, das haben wir geschafft. Wir haben eine Tierzüchterin für uns und Schafe geholt. Wir haben jetzt hier noch Quests erledigt. Ja, dann reicht das eigentlich erst mal zu für heute wieder. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal angucken, ob wir noch Gebäude haben, die wir bauen können bzw. die wir aufrüsten können. Und da sollten wir das dann wieder machen. Vielleicht auch noch mal ein paar Lämpchen mehr aufstellen. Da steht manchmal auch eine Kiste drin mit Geld und eine Flasche oben auf dem Stein mit Alkohol oder es ist eine leere Flasche, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall steht da manchmal was rum. Da gucke ich immer mal nach. So. Bevor wir bei uns eine Frau auftauchen, muss man erstmal noch ein Bad nehmen, wenn es auch kalt ist. Aber Eisbaden soll ja auch sehr gesund sein. Das Immunsystem stimmt. Ja. Ja, sie kann das ab. Der kann auch mal von Kalben baden. So. So. Jetzt bauen wir den Bogen erstmal hier, denke ich. Jetzt sind wir gleich in Gustovia. Ja. Hier steht auch ein Schneemann. Das ist toll. Dann gucken wir mal was der für uns hat. Drei Stöcke. Irgendwo mit. Okay. Okay. So. So. Hier. Die Wölfe sind tot. Vielen Dank. So schön. Gut. Dann gehen wir mal schnell nach Hause. So. So. Jetzt sitzt jetzt hier noch unten. Und da bin wir hier oben jetzt. So. 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 Hi. Ich wollte doch baden. Ich kann ja richtig baden. Ich bin der Wassergegen. Ist das sauber geworden? Nee. Aber für den Rest wollen wir eine andere Waschschüssel. So, ja und wie gesagt, in der nächsten Folge bauen wir noch ein paar Lampen auf. Und gucken mal, welche Gebäude wir aufrüsten und bauen können. Und dann wird das das nächste sein, was wir machen. Okay, ihr Lieben. Ich gehe wieder hoch zu meiner Frau. Na, Erik? Oh, danke schön, mein Junge. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Danke euch ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen da oben gebt oder ein Abo da lasst. Das würde mir sehr helfen. Und auch dafür ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.